Ja, es stimmt wirklich, Ariana Grande hat mich gepostet und zwar nicht nur einmal, sondern direkt zweimal. Und jetzt kommt die Storytime dazu, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Vor ungefähr ein, zwei Wochen wurde ich von Sephora und der Marke von Ariana Grande, also Ram Beauty, nach Paris eingeladen. Aus ganz Deutschland durften nur zwei Creator kommen und es war einmal ich und dann noch jemand anderes. Und ich durfte zwei Tage lang mit der Marke von Ariana Grande in Paris sein. Ich habe ihren eigenen Make-Up-Artisten und Haarstylisten, die schon seit sieben Jahren für sie arbeiten, kennengelernt. Wir haben einfach so viel zusammen geredet und die waren so cool und haben auch so Insider über Ariana Grande erzählt. Während wir in Paris waren, wurden natürlich auch Videos und Bilder gemacht und die wurden auch gepostet. Ariana Grande hat meine Story gesehen und hat mich einfach in ihrer Story gepostet. Das war vor einer Woche und genau heute bin ich wieder in ihrer Story mit einem anderen Video. Und nein, das ist kein Fake, ich poste jetzt alle Beweise und Bilder in meine Story.